Es gibt so eine Sache, die geht mir auf und sagt, ah, 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 das ist, was ich für Firmen hier in Deutschland hab, ah, 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 es gibt was nicht, das geht nicht von West nach Ost, das ist die Scheiße der Deutschen Post, ah, 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 doch damit hört es noch nicht auf, ja, ja, ah, 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 ich ärgere mich auch noch zuhauf, ah, 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 ah Doch es gibt noch mehr, zum Beispiel die Telekom. Die ist nun mal richtig dumm. Oder Internet-Hoster wie Strato oder 1&1. Ich übertreibe, ich untertreibe, wenn ich sage, die sind einfach nicht meins. Ich glaube, es ist Zeit für ein Orgelsolo. Ich glaube, es ist Zeit für ein Orgelsolo. Und dann gibt es noch die Fast-Fuß-Ketten, die sich hier verbreiten. Wie Zecken. Hey! Ronald! Halt! Maul! McDonalds ist faul. Oder wo der Kaffee nicht schmeckt, der hat Starbucks entdeckt. Ich könnte noch wieder drüber nachdenken, dann wüsste ich noch mehr. Doch ich hab jetzt einfach genug, es ärgert mich so sehr.